In diesem Video werden wir eine Funktion schreiben, um den Wochentag auszugeben zu einem Datum, den der Nutzer eingegeben hat. Am Ende von diesem Video soll es eine Funktion geben, die telldayname heißt, und wenn man die aufruft, soll es ein Eingabefeld geben, in dem steht, bitte gib ein Datum in folgendem Format ein, und dann steht im Eingabefeld das gewünschte Format, in dem Fall ja, 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 Strich, Monat, Monat, Strich, Tag, Tag, und das heißt, in dieser Weise soll man dann das Datum eingeben, und wenn man dann auf OK klickt oder Enter drückt, soll die Meldung kommen, der in dem Fall 3. April 2014, das ist das, was ich gerade eingegeben habe, ist ein Mittwoch. Dieses Video hier ist als Übung gedacht, damit ihr das Wissen, das ihr bisher durch diese Videoserie bekommen habt, festigen könnt, aber auch als Herausforderung, denn es gibt zwei Dinge, die ich euch bisher noch nicht gezeigt habe. Ihr wisst bisher noch nicht, wie man den Text im Eingabefeld vorher festlegen kann, also das Eingabefenster erscheint ja mit dem Text jjj-mm-tt, und ich hatte euch bisher noch nicht gezeigt, wie man sowas macht, und ich hab euch auch noch nicht gezeigt, wie man den Wochentag aus einem Datum auslesen kann. Aber, wenn ihr später wirklich programmieren wollt, dann geht euch das immer so. Es gibt ständig neue Herausforderungen, kein Projekt ist wie das andere, und es gibt immer Anforderungen, bei denen ihr im ersten Moment nicht wisst, wie man die löst. Was man da macht, und was ich möchte, dass ihr jetzt macht, ist, nutzt das Internet, nutzt die Suchmaschine eurer Wahl. Es gibt überall frei verfügbare Dokumentationen zu JavaScript, so heißt das nämlich, Dokumentation, da ist dokumentiert, was wie funktioniert. Es gibt SelfHTML, das ist sehr gut, und die SelfHTML Wiki. Es gibt das Mozilla Developer Network, Mozilla ist der Hersteller von Firefox, und da findet ihr auch alles, was ihr braucht. Wenn ihr Englisch könnt, steht euch nochmal ein Vielfaches der Informationen zur Verfügung. Es gibt auch Stack Overflow, da stellen Leute Fragen zu diesen Themen und andere beantworten sie, und egal welche Frage ihr habt, irgendjemand hat sie bereits bei Stack Overflow beantwortet. Also nutzt das, es ist wichtig, wenn ihr nach dieser Serie tatsächlich was mit dem Wissen machen wollt, pausiert das Video und erarbeitet euch die Lösung selbst, und erst dann setzt das Video fort. Pausiert es jetzt. Ansonsten zeige ich euch jetzt, wie das geht. Öffnet wieder eure Konsole. Die Funktion, die wir haben wollen, soll tellDayName heißen. Das heißt, wir schreiben jetzt erstmal eine Funktion, beginnen mit Function, und schreiben dann den Namen der Funktion tellDayName. Die Funktion ruft eigenhändig ein Eingabefenster auf, das heißt, wir brauchen hier keine Argumente anzunehmen oder übergeben, was auch immer, sondern das machen wir hier. Was wir wollen, ist ein Eingabefenster, das ein Datums-String zurückgibt und dieser Datums-String ist halt in diesem vorher definierten, festgelegten Format. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal eine Variable, die ich DateString nenne und die setze ich auf den Rückgabe-Wert dieses Eingabefensters. Ein Eingabefenster macht man, hatten wir ja schon, mit Prompt und da sage ich jetzt, bitte gib ein Datum in folgenden Format ein und die Sache, die erste Sache, die ihr jetzt herausfinden solltet, war, dass man einen Text übergeben kann, ein String, der bereits in diesem Eingabe-Feld steht, wenn das Eingabefenster erscheint, indem man das einfach hier als zweiten Parameter übergibt. Jetzt schreibe ich viermal j, dann ein Strich, dann zwei m Strich tt und das ist dann das Format, das wir haben wollen. Ich rufe das mal auf und so sieht das jetzt aus. Was wir als nächstes machen wollen, ist dieses Datum, das da in diesem Format jetzt so steht, in ein tatsächliches Datumsobjekt umwandeln. Dazu mache ich auch eine weitere Variable, die ich Date nenne und jetzt schreibe ich mir mal gleich eine weitere Funktion und zwar mit dem Namen parseDateString. parse heißt verarbeiten, das heißt, ich möchte jetzt eine Funktion schreiben gleich, die diesen DateString verarbeitet und wir übergeben dieser Funktion diesen DateString, den wir hier vom Prompt zurückbekommen haben. Schreiben wir nun also die Funktion parseDateString, übergeben bekommen wir ein DateString, ich kürze das jetzt hier mal ab mit str und wir gehen davon aus, dass dieses Format eingehalten wurde. Ich mache mal hier einen Kommentar und schreibe das hier hin. Es wird davon ausgegangen, dass DateString ein String im Format jjjmmtt ist. Es kann natürlich auch sein, dass der Nutzer was völlig anderes eingibt, aber jetzt, um das hier ein bisschen einfacher zu halten, kümmern wir uns mal nicht um solche Fälle, sondern wir gehen mal davon aus, dass der Nutzer hier an der Stelle das wirklich so eingibt, wie es sein soll. Wie kriegen wir es hin, aus diesem String ein Datumsobjekt zu machen? Datumsobjekte werden ja so geschrieben, dass wir NewDate schreiben und dann kommt hier als erstes das Jahr, dann als zweites Argument der Monat und als drittes Argument der Tag. Aber dieser String ist ja ein einziger String. Das heißt, was wir zuerst tun müssen, ist, diese einzelnen Elemente des Strings auseinander zu nehmen. Und dafür können wir die Split-Methode nehmen. Ich mache mir mal hier eine Variable mit dem Namen DateParts, also Datumsteile und dann nehme ich den DateString und splitte ihn, also teile ihn an diesen Punkten, wo der Strich ist, also wo die Trennstriche sind. Und dann haben wir, wenn der Nutzer das richtig eingegeben hat, wovon wir ja hier an dieser Stelle ausgehen, drei Teile, also ein Array mit drei Elementen und damit können wir dann das Datum erstellen. Zuerst das erste Element an der Stelle 0 als erstes Argument, dann das zweite Argument der Monat an der Stelle 1, dann kommt der Tag an der Stelle 2 und das war's. Das können wir dann hier an dieser Stelle returnen, also zurückgeben und schon haben wir die Methode parseDateString geschaffen. Ich schreibe mal die Methode tellDayName so um, dass wir an dieser Stelle mal das Date-Objekt zurückgeben und dann rufe ich diese Funktion auf und ich gebe mal 2014 04, also April 2 ein und was wir zurückbekommen, ist Freitag, der 2. Mai 2014. Was ist hier passiert? Die Monate beginnen ja, wie ich in dem Video zum Thema Date gesagt habe, bei 0, das heißt, was wir hier machen müssen, nicht plus, nein, was wir hier machen müssen, ist minus 1 zu schreiben. Probieren wir die Methode tellDayName nochmal aus, 2014 04 02 und jetzt kommt tatsächlich Mittwoch, der 2. April 2014 raus. Jetzt möchten wir natürlich aber nicht dieses Datumsobjekt returnen, sondern wir wollen ein Dialogfenster am Schluss ausgeben, wo drinsteht der und dann das Datum mit einem Monat ausgeschrieben als Wort ist und dann steht dort der Wochentag, also ich kann das mal hier aufschreiben, so soll das quasi aussehen, der und dann haben wir date getDate. Punkt und Moment, ich mach das jetzt mal noch nicht ausgeschrieben als Name, Monatsname, sondern erstmal nur als Zahl, getMonth und date getFullYear. Damit haben wir dann das Datum aufgeschrieben, ist ein und jetzt müssen wir natürlich hier noch irgendwie den Namen des Wochentags herausfinden. Das heißt, ich mach mir hier mal eine Variable, die ich dayName nenne und die setze ich auf eine noch nicht geschriebene Methode, beziehungsweise ich werd die dann mal gleich schreiben, getDayName und dieser Methode übergebe ich getDay. Das ist das zweite, was ihr herausfinden solltet. getDay liefert den Index des Wochentags zurück, beginnend bei Sonntag. Also Sonntag ist 0 und dann kommt Montag mit 1 und dann Dienstag mit 2 und so weiter, bis es dann bei Samstag mit 6 endet. Hier schreiben wir dann diesen dayName hin und müssen dann natürlich noch die Funktion getDayName erstellen. dayIndex ist das Argument, das hier übergeben wird und wir können das nun entweder so machen, wie ich das in dem letzten Video gezeigt habe, dass wir hier ein Switch benutzen und damit die verschiedenen möglichen Indizes durchgehen, oder wir machen das, was ich am Anfang gesagt habe, was das einfachste und effektivste ist, wir erstellen uns ein Array, also ich schreib mal Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und mit der Split-Methode spalte ich das hier an diesen Leerzeichen und dadurch wird das zu einem Array und dann schreiben wir hier als Array-Index den dayIndex rein. Probieren wir die Methode mal aus, getDayName und wenn ich jetzt 0 reinschreibe, bekomme ich Sonntag und wenn ich 6 reinschreibe, bekomme ich Samstag. Probieren wir jetzt auch mal die tellDayName-Methode, ich gebe wieder 2014 0402 ein und jetzt bekomme ich das und da sehe ich auch dadurch erst mal, dass hier ein Fehler drin ist in dieser tellDayName-Methode. Ich hatte hier die runden Klammern vergessen. Dadurch wird nicht die Funktion aufgerufen und der Rückgabewert hier in den String eingefügt, sondern die Funktion selbst wird in den String eingefügt. Jetzt rufe ich die nochmal auf und mit demselben Argument, der zweite, dritte 2014 ist ein Mittwoch. Diese Methode funktioniert hier schon ganz richtig mit dem getDayName. Was wir hier haben, ist, dass hier der zweite, dritte steht, obwohl wir natürlich den zweiten, vierten meinen. Das liegt daran, weil getMonth natürlich den monthIndex zurückliefert, d.h. wir könnten hier plus 1 schreiben, aber ich möchte eh, dass ich nicht den Monat als Zahl habe, sondern als Wort und deswegen, also als Namen des Monats, der soll da drinstehen. Und d.h. ich mache mir hier auch noch eine Variable monthName und werde mir gleich eine Methode getMonthName erstellen und der übergebe ich dann diesen monthIndex. Und dann kann ich nämlich hier monthName, diese Variable monthName, reinschreiben und dann würde darauf kein Punkt, sondern ein Leerzeichen folgen. Und auch davor würde ein Leerzeichen stehen. Schreibe ich jetzt mal die Funktion getMonthName und das ist quasi das, was wir im letzten Video gemacht haben. Aber auch hier nutze ich lieber die Variante mit dem array, d.h. ich schreibe jetzt ein String Januar, nicht Dienstag, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember und diesen String splitte ich, spalte ich an den Leerzeichen und nutze nun den monthIndex als arrayIndex. Probieren wir das mal aus. getMonthName und dann schreibe ich mal 3 rein und da bekomme ich April raus. Das heißt, jetzt müsste ich dieses telldayname richtig benutzen können. Und tatsächlich, der 2. April 2014 ist ein Mittwoch. Das heißt, das ist jetzt das, was wir heraus haben wollten, was wir als Endergebnis haben wollten. Das heißt, jetzt haben wir die Anforderungen erfüllt und die Fragestellung gelöst. Ich hoffe, ihr habt wirklich jetzt mal das Internet genutzt. Ihr habt vielleicht mal jetzt die Dokumentation kennengelernt. Im nächsten Video gibt's was völlig anderes. Da lernt ihr multidimensionale Daten kennen und ihr bekommt so einen Eindruck von Datenbanken quasi. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, z.B. bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann.